Die Tagesschau tituliert heute, Firma Ravensburger hat ihre Winnetou Jugendbücher vom Markt genommen, weil es Gefühle anderer verletzt hat. Wo sind wir mittlerweile in Deutschland angekommen? Muss man sich mal die Frage stellen. Dürfen die Kinder jetzt bald nicht mehr Cowboy und Indianer spielen, weil das rassistisch ist? Sind wir dabei, bald wieder Bücher zu verbrennen oder Bücher zu verbieten? Da waren wir nämlich schon mal. Die Frage ist ganz einfach. Wir dürfen jetzt nicht mehr Zigeunerschnitzel und Negerküsse sagen, weil das rassistisch ist und das Gefühle anderer wahrscheinlich verletzt. Ich glaube allerdings nicht, dass ein Sinti oder Roma jemals sich Gedanken darüber gemacht hat, dass ein Zigeunerschnitzel seine Gefühle verletzt. So, jetzt darf der Weihnachtsmarkt nicht mehr Weihnachtsmarkt heißen, sondern der muss Knuspermarkt oder Wintermarkt heißen, weil es die Gefühle anderer sonst verletzt. Wirklich? Jetzt darf die Mohrenapotheke nicht mehr Mohrenapotheke heißen, weil es rassistisch ist. Und ich weiß nicht, demnächst haben wir hier noch eine Genderquote und was weiß ich nicht alles. Wo geht die Reise hin? Das muss man sich mal fragen. Und ich finde das ganz schön erschreckend und wollte das heute einfach mal kundtun, in was für einem Land wir mittlerweile hier gelandet sind. Ich glaube, die Leute, die das hier anstoßen, die sind nicht ganz reisefertig. Ich glaube, die haben den Ernst der Lage überhaupt noch gar nicht begriffen, dass es hier momentan ganz andere Dinge gibt, über die man sich Gedanken machen sollte, anstatt über so einen Schwachsinn. Und ich werde meine Winnetou-Bücher trotzdem weiterlesen. Ich werde die Sammlung so noch aufstocken, weil es einfach gute Bücher sind. Und hier wird jegliche künstlerische Freiheit einfach zunichte gemacht. Alles, was nicht in diesen komischen Rahmen passt, das wird ausradiert. Und mit diesen Schlagwörtern Gleichberechtigung, Rechtsradikalismus, ja, grundsätzlich Quoten, damit wird alles zunichte gemacht. Geht gar nicht. Tut mir leid, aber es funktioniert nicht mehr hier. Wo sind wir mittlerweile angekommen?